Danke für die Unterstützung an Jimdo. Dann Hammerpicks. Hammerpicks. Ja, ne? Ja. Basti, erzähl mal. Du hast hier vor zwei Wochen irgendwelche Kopfhörer abgeworfen. Genau. Und dann hatten wir in einer Sendung, die noch sehr geheim ist, gesagt, wir machen mal andere Sachen. Und dann habe ich die Kopfhörer letzte Woche vorstellen wollen. Und dann bin ich aber eingeschlafen. Und war dann nicht da. So. Und zwar, der eine oder andere, der hier zuhört, der wird jetzt schon sagen, boah, jetzt stellt ihr wieder Kopfhörer vor, die zwei Millionen Euro kosten. Immer dasselbe, immer dasselbe Scheiß. Ich habe ja schon das ein oder andere Mal Sportkopfhörer gepickt und vorgestellt. Und mein aktueller Favorit ist nach wie vor von Jabra, der Sport Pulse. Also ein In-Ear-Kopfhörer, der sich an Sporttreibende richtet, der ein Pulsmesser drin hat. Der ist aber sehr, sehr teuer. So. Und jetzt haben viele gefragt und oft gefragt, wenn ich jetzt Sportkopfhörer kaufen will und ich möchte nicht viel Geld ausgeben, was kaufe ich da. Und meine Empfehlung war bisher so, ja, so Mipau oder Delaycon kann man kaufen. Ist jetzt nicht so geil, aber die kosten wenig. Und seit irgendwie zwei Wochen ungefähr gibt es von unserer aller Lieblingsfirma Enka, die schöne Verpackungen macht und nicht ganz so schöne Produkte, gibt es Sportkopfhörer und zwar die Sound Buds Sport. Also das sind auch Bluetooth-in-Ear-Kopfhörer, die speziell dafür gemacht sind, sie beim Sport zu benutzen. Was das konkret immer bedeutet, ist, dass sie zum Beispiel IPX44, glaube ich, wasserresistent sind, weil man schwitzt halt meistens. Also gibt es sicher auch Leute, die das nicht tun, aber da ist es halt die Definition von Sport möglicherweise eine andere. Und die haben Kopfhörer gebaut, also Ohrhörer gebaut, die jetzt wirklich nicht durch besondere Schönheit glänzen können. Auch nicht, wenn sie im Ohr stecken. Also da muss man schon selber sehr, sehr schön sein, dass man dann sagen kann, die Kopfhörer, das sieht gut aus, wenn man die im Ohr hat. Die stehen so ein bisschen raus, sind trotzdem sehr, sehr klein. Und, was ich ganz besonders erstaunlich bei diesen Kopfhörern finde, sie sind sehr, 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 sehr leicht. Also man spürt wirklich kaum, dass man die im Ohr hat. Zusätzlich haben sie keine Bedienung am Kabel. Wer das jetzt im Video sieht, das ist mein In-Ear-Monitoring, dass ich mich und die anderen hier hören kann, wo das Kabel da ist. Also bei den Kopfhörern am Kabel, da ist kein Element dran. Also da, wo irgendwie Lautstärkenregelung und so weiter drin ist. Das bedeutet, das Kabel ist so gut wie auch nicht schwer und ist auch nicht ungleichmäßig schwer. Also normalerweise ist das ja dann irgendwie auf der rechten Seite schwerer als auf der linken, weil da halt das Mikro und die Knöpfe dran sind. Stattdessen sind die Knöpfe direkt an den Stöpseln, die man sich ins Ohr steckt. Was auch nicht weiter schlimm ist, also das war so meine erste Befürchtung, okay, wenn ich jetzt da jedes Mal dran rumfummeln muss, um lauter oder leiser zu machen oder um Dreck zu skippen, dann fallen mir die aus den Ohren. Nee, das tun sie nicht. Das sind auch wieder verschiedene Silikon. Polsterchen dabei. Die Dinger, auf denen die Silikonpolster aufsitzen, die sind sehr, sehr dick. Da habe ich bisher noch keine solchen Schaumtipps gefunden. Da muss man mal gucken, ob sich da noch was finden lässt. Der Klang ist ungefähr identisch zu dem von den Apple Earpods, was ich ganz in Ordnung finde. Und ich denke, das kann man für den Sport auch so lassen. Die Akkulaufzeit liegt bei etwa acht Stunden. Das finde ich sehr beeindruckend, weil dafür sind sie einfach, sie sind es unfassbar leicht. Dafür können sie halt nichts Besonderes. Man kann damit telefonieren, man kann damit Musik hören oder halt Audio hören und sie fallen einem beim Laufen beispielsweise nicht aus den Ohren. Und es sind Halsbandkopfhörer. Das sind Halsband, also die Artikelbeschreibung bei Amazon ist beyond absurd. Anker, Soundbats, Sportohrhörer, Wireless, Bluetooth, Halsbandkopfhörer mit acht Stunden Spielzeit, IPX4 klassifiziert, spritzwasserfest, ideal für Joggen, Workout, Fitness, Headphones, SEO mit Mikrofon für iPhone, Android und weitere SEO, SEO, SEO. Klammer auf schwarz. Also es ist ganz nett, man kann halt seine Musik damit steuern. Sie quatscht einen nicht voll mit so, ja, connected und was weiß ich was. Die piepsen einmal kurz und dann ist die Sache auch gut. Ja, das Schöne an diesen Kopfhörern ist, sie kosten 25 Euro. Sie werden direkt von Amazon verschickt und kriegt man auch sonst nirgendwo. Anker macht ja nur Amazon. Und ich kann diese Kopfhörer für diesen Preis sehr, sehr empfehlen. Also wer sagt, ich möchte mehr Geld ausgeben, weil ich auf geilere Features stehe, nach wie vor Jabra Pulse Wireless, wer sagt, ich möchte einfach halbwegs anständige Sportkopfhörer mit Bluetooth haben, der kann sich die kaufen. Bonus Feature, Bluetooth haben sie ja schon, Bluetooth macht ja eh schon alles besser. Und was macht noch alles besser? Magneten. Also diese Kopfhörer haben noch Magneten eingebaut. Das ist insofern recht praktisch, dass wenn man sich die um den Hals hängt, weil man sie gerade nicht mehr benutzt, kann man die einfach vor dem, sieht man natürlich besonders gut, weil ich mich hinter dem Mikro versteckt habe, kann man die einfach so vorne am Hals zusammen klipsen und dann fallen die einem nicht plötzlich runter, sondern die hängen dann in dem Moment einfach zusammen. Das heißt, die Rückseiten der Kopfhörer sind magnetisch. Deswegen Halsband. Genau. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Also man kann sie auch mehr oder weniger als Krawatte tragen. Krawattenkopfhörer. Also 25 Euro bekommen auch mit so einem samtigen Tütchen. Danke. Das war's. Das war jetzt nicht so spektakulär, dafür, dass sie zwei Wochen hier gelegen sind. Ja gut, der Plan war ja eigentlich, dass sie hier genau einen Abend liegen, aber das hat ja nicht so funktioniert. Na gut, das werden wir lenken. Könnt ihr in den Shownotes bei Bits und so klicken und euch möglicherweise diese Halsbandkopfhörer zulegen. Und die passen farblich sogar zu deiner blauen Armadur. Das ist zumindest die Packung, die im Packung muss man halt. Gibt es auch nicht nur in schwarz, sondern auch in grün-schwarz. Nun gut. Gut. Also,